Vorwärts Schwestern Rasch wie der Wind Also wir gehen erstmal hier lang Wir töten erstmal alles andere an Untoten Also gerade das Lager da oben Sofort Mir nach In die Schlacht Vorwärts Schnell Befehlt Die Diener der Nacht sind hier Feinde Zu den Bögen Das ist ein Hinterhalt Auf mein Zeichen Das effektivste gegen Skelette Zum Angriff Da kommt der nächste Trupp Vorwärts Skelettkrieger Da sammelt Oh da haben sie schon wieder die Haupttruppe gesammelt Sofort Es sind zu viele Auf mein Zeichen Was soll ich tun Und los Wir sind in Gefahr Ja hier ist tatsächlich nur eine Krypta und eine Eisenladung Wäre ich eigentlich noch irgendwo Eisen gewesen Möse ich nicht da raus Hier drin ist eigentlich auch keins Sie kreisen uns ein Schnell Vorwärts Und ja Kischern und Aschengräber sind nicht zu unterschätzen Ja vorwärts Oh da haben wir noch eine Freude Befehl Schnell wie ein Pfeil Seid auf der Hut Die Linie müssen halten Ja man muss halt wirklich öfter klicken in dem Spiel Weil das Spiel gern mal die Befehle wieder vergisst Auf mein Zeichen Feinde Zu den Bögen Ja Wehrt euch Schwestern Für die Freiheit So holen wir uns noch Eisenkarren Ja und damit sollten wir auch alles an Eisen haben Was wir haben können Ja Knochenschleicher Wir haben einen Ring von ihm gekriegt Und seinen Seelenstein Sehr schön Und los Mir nach Vorwärts So Zwei neue Heile und eine Hüterin hier ausbilden Gut Die scheinen immer noch damit klar zu kommen Die kleinen und toten Truppen Aufzureiben Elends Segen Elends Segen Elends Segen Schnell wie ein Pfeil Ja und eigentlich würde ich nicht unbedingt gerade hier reingehen Weil hier die Türme nah beieinander stehen Das ist näher als an den anderen Eingängen Das ist ein Hinterhalt Und auch Todesbooten hier stehen Die Linien müssen halten Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil Naja das Problem was ich noch weiß ist An diesen blöden Knochentürmen Dass die Magie dieser Türme verdammt viel Schaden an Elfen macht Das ist ein Hinterhalt Die Linien müssen halten Okay Die beiden wollen es wissen Runenkrieger Zu mir Wir werden angegriffen Na kommt der nächste Schwall an Untoten Da kommen sogar Skelette jetzt von dort Vorsicht Gegner Mein Bogen für die Rune Das ist ein Hinterhalt Na ja Oh Level ab Stimmt Runenkrieger Zu mir Die Linien müssen halten Äh was wollte ich gerade sagen Ja schwarze Magie ist bei Elfen Die Resistenz nicht so gut Runenkrieger Zu mir Was soll ich tun? Mein Bogen für die Rune Äh hab ich Was hab ich gesagt? Schwarze Magie Ja Eis-Magie ist hier hoch Ich glaub bei Feuer-Magie sind sie auch nicht ganz so besonders Toadie Elfen Auf mein Kommando Folgt mir Es sind zu viele Elends Segen In Windeseile Wehrt euch Schwestern Wir werden angegriffen Die Diener der Nacht sind hier Wohin soll ich gehen? So tötet das Lager Wir werden angegriffen Oh das ist nicht gut Dass der Schatten auch noch Äh Unsere Avatar greift Stand halten Männer Wohin soll ich gehen? In Windeseile Wir sind in Gefahr Hier Sie kreisen uns ein Alle sollten sich auf den Schatten fokussieren Wohin soll ich gehen? Wir werden angegriffen Oh ja bei der Schatten der Wacht AOE Ich höre Befehlt 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 Wohin soll ich gehen? Feinde Zu den Böden Ich höre Die Diener der Nacht sind hier Wohin soll ich gehen? Ja da sieht man's Ich höre Seid auf der Hut Die Diener der Nacht sind hier Befehlt Wohin soll ich gehen? Los Schwestern Die Diener der Nacht sind hier Wohin soll ich gehen? Ich höre Sie kreisen uns ein Was soll ich tun? Los Schwestern Es sind zu viele So Wohin soll ich gehen? Elends Segen Ich da drüben? Also Sawater da drüben regelt das schon alleine mit den Türmen Was soll ich tun? Schwie der Wind Vorwärts Schwestern Los Schwestern Elends Segen Ja der Schattenring ist ein Questgegenstand für die Schattenwelt Ja den Schattenring hab ich schon mal Hab ich sogar von einer Art Schatten bekommen Oh Was soll ich tun? Ich höre Seid auf der Hut Was soll ich tun? Los Schwestern Vorwärts Schwestern Und hey ich hab jetzt genug Nahung doch zusammen Das zu erhöhen Einmal Kann hier oben weitere Nahkämpfer ausbilden Aber nicht nur Nahkämpfer Wir sollten nämlich auch noch ein paar Heiler rufen Was soll ich tun? Schnell wie ein Pfeil Wohin soll ich gehen? Feinde Zu den Bögen Auf meinen Befehl So die Gruppe kann ich ruhig durchlassen Die Haliten sollten damit zurechtkommen Die Diener der Nacht sind hier Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit Und ja theoretisch könnte ich mit dem Holz und dem Lenja das ich noch habe Befehl Seid auf der Hut Was soll ich tun? Los Schwestern Den Titanen rufen Was soll ich tun? Seid auf der Hut Auf meinen Kommando Mein Burgen für die Ruhe Folgt mir Vorwärts Auch wenn der Jahr nicht ganz so nötig ist Und los Und los Also ja mal kurz gucken Was hier oben noch wäre Ich glaube das wäre nur der Weg hinten rum Befehlt Rasch wie der Wind Los Schwestern Also ja der Weg hinten rum Da kommen wieder Untote Wohin soll ich gehen? Sie kreisen uns ein Schnell wie ein Pfeil Rasch wie der Wind Hier Sofort Auf meinen Befehl Folgt mir Und ja das hier wird jetzt halt wieder wehtun Folgt mir Vorwärts Sofort Kriegen wir erstmal wieder wie wild Feinde Zu den Bögen Sie kreisen uns ein Die Diener der Nacht sind hier Sofort Schnell Sofort Und los Vorwärts So Und dann greifen wir wieder großartig an Sofort Mir nach Und los Elendseh Feinde Zu den Bögen